hey meine lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge claire und er ich habe euch vermisst wir haben lange nicht mehr zu zweit geredet wir sind jetzt unter vier augen tatsächlich und ihr seid die coolsten auf der welt und ich habe euch vermisst und morgen geht es für mich in urlaub und ja fun facts ganz viele aber ich wollte jetzt einfach mal anfangen mit fun facts und das ist auch komplett in ordnung finde ich persönlich ich bin ein bisschen unzufrieden mit meinen haaren gerade und das nervt mich aber ich hoffe ihr hattet alle einen super schönen start in den tag oder einen richtig tollen tag generell heute ich werde heute über unpopular opinions reden ich werde meine unpopular opinions staten und eure und dann darauf reagieren und sagen was ich dazu fühle und denke und spüre tatsächlich unpopular opinions sind tatsächlich gedanken meinungen und ansichten von leuten die halt nicht so beliebt sind sozusagen also zum beispiel wenn eine person sagt ja ich weiß alle alle lieben blumen aber ich bin blumen voll scheiße und hässlich das ist eine unpopular opinion weil die meisten lieben blumen deswegen ja kleine erklärung bevor wir das aber machen dachte ich gebe euch ein kleines lebensupdate meinerseits ich bin mittendrin immer noch im bachelor arbeit schreiben und meine hausarbeiten schreiben und leute update der update ich habe meine bachelor arbeit fertig soweit also alles geschrieben ist fertig es müssen nur noch die literatur quellen und verzeichnest all das muss nur noch rein dann bin ich fertig mit der anderen hausarbeit die gebe ich heute in der uni ab und jetzt fehlt halt noch eine und gestern hatte ich ein mental breakdown weil ich wollte es so unbedingt vor dem urlaub schaffen und ich schaffe es tatsächlich nicht ich habe mir zu viel vorgenommen mir ging es so scheiße damit dass ich mir die ganze zeit dachte boah ich muss es schaffen ich muss es schaffen ich muss es schaffen ich dachte die ganze zeit ich bin ein loser wenn ich das nicht schaffe weil ich mir das einfach vorgenommen habe aber leute man schafft nicht alles es waren fucking drei hausarbeiten und eine davon ist tatsächlich seiten lang die andere 30 und die andere sieben deswegen ja also die eine habe ich halt einfach nicht geschafft und das ist auch in ordnung ich habe nämlich noch zeit ich habe nämlich noch fucking genug zeit und ich stresse mich zu viel damit und es ist so unnötig und ich hätte mein leben ein bisschen besser leben können mit dem gedanken dass ich mich nicht so viel stressen muss aber das ja ich ja habe gestern tatsächlich geheult deswegen und habe mir dann einfach gedacht boah bruder erhoffte ich zu stressen ich wollte mich gestern schon diese folge aufnehmen aber ich war so gestresst die ganze zeit und ich stehe mir selber so hart im weg ich sabotiere mich selber richtig doll was das angeht so ich hätte fertig sein können aber anstatt dass ich es mache ich gebe meinen eltern mein handy und trotzdem bin ich dann vor diesem laptop den ganzen tag und mache nichts ich weiß nicht woran es liegt ich weiß nicht was das für ein krankes spiel mit mir selber ist aber ich bestrafe mich selber irgendwie ich weiß nicht wieso und das ist richtig komisch also nicht mal dass ich faul bin weil ich habe in zwei hausarbeiten nicht so lange zeit geschafft aber ja es ist richtig komisch richtig scheiße und ja richtig ruiert aber egal das waren so meine updates morgen geht es für mich in urlaub mit der ganzen irischen familie für die dies nicht wissen ich bin halb irin also meine mama kommt aus irland mein papa ist deutscher und wir haben uns vorgenommen mit der ganzen familie mit der ganzen truppe ein trip zu machen nach lanzarote geht es tatsächlich und wenn diese folge online kommt bin ich gerade wieder da aus lanzarote ja ich werde wahrscheinlich in der nächsten folge mit einem sonnenbrand da sein aber hoffentlich werde ich mich nicht genug ein creme also ich creme mich eigentlich auch echt immer genug ein aber aber manchmal manchmal ist es dann halt auch einfach mal so dass es nicht passiert manchmal bin ich halt ein bisschen ne eigentlich bin ich richtig gut im ein cremen manchmal manchmal verkacke ich halt auch ja das war so ein bisschen bisschen update time ich freue mich richtig doll also es kommen wirklich alle und ich habe halt eine riesige familie also auf der irischen seite leute die sind es sind so viele leute meine mutter hat fünf geschwister und die haben alle mindestens zwei kinder das heißt ich habe richtig viele cousinen und cousins und es wird lustig auf jeden fall und ich freue mich wird cool ja ich würde sagen jetzt kommen wir aber mal so langsam in die folge rein jumpen und ich würde sagen ich fange mit mein popular opinions an und danach also weil ich habe nicht so unfassbar viele ich habe mir ganz viele von euch mit auf also mit notiert und die werde ich dann danach vorlesen und dann meine meinung sagen ich mag pappstrohhalme ja es ist raus ich finde pappstrohhalme tatsächlich voll gut es macht sinn für mich in meinem kopf der grund weswegen es pappstrohhalme gibt er gibt für mich sinn es ist viel besser für die umwelt biologisch aber all das und das ist es mir wert dann halt auch aus einem fucking pappstrohhalm zu trinken ich finde auch von wenn man keine ahnung so sich ein eis bestellt und dann kommt da ein holzlöffel mit finde ich nicht schlimm ich mag den geschmack bisschen es tut mir leid leute ja pappstrohhalme weichen schnell ein aber auch nur wenn man daran saugt und sabbert wie ein verrückter digger benutzt eure lippen macht es nicht mit eurer zunge ich weiß nicht was da irgendwie oder beißt es auch nicht weiß nicht was da falsch mit manchen leuten ist aber benutzt den strohhalm wie normalen strohhalm und saugt da nicht ran wie so ein kind no hate ich finde pappstrohhalme vollkommen okay ich habe da kein problem mit bei mir weichen die nicht ein weil ich wie ein normaler mensch daraus trinke aber ich verstehe auch warum man die nicht mag weil manche leute halt nicht wissen wie man strohhalme verwendet und nicht aus der kinderphase rausgekommen sind dass die da wirklich mit lutschen und beißen aber no hate an der stelle aber ich finde die machen sinn die haben jetzt nicht einen ekligen geschmack und ja ich finde die toll ich supporte die klar hier und da wenn ich mal eine capri sonne mir hole kriege ich das mit dem strohhalm nicht so wirklich hin aber ganz ehrlich das habe ich auch nicht mit den plastik strohhalmen bekommen so next cola bockt nicht ich mag keine cola ja ich war noch also das ding ist ich durfte halt als kind keine cola trinken weil da ist halt koffein drin und ja deswegen irgendwie also ich wollte es so gerne ich wollte immer auch immer mir cola bestellen aber ich durfte nicht habe ich es immer irgendwie heimlich so bekommen oder so und dann als ich dann durfte hatte ich nie das verlangen diese cola mir zu holen und ich hatte auch nie wirklich lust darauf und habe ich probiert und dann mochte ich es nicht und ich mag immer noch keine cola wenn ich richtig doll durst habe und das das einzige ist was es gibt trinke ich es natürlich trotzdem ich bin jetzt keine drama queen was cola angeht aber ich mag keine cola genauso wenig wie sprite mag ich hasse sprite hallo nas die haben letztens ein video gemacht wo die meinten wenn ihr jana mal was gutes tun wollte holt ihr eine sprite leute ich hasse sprite ich bin der größte sprite hater für mich schmeckt sprite wie zuckerwasser und ja alles andere also diese orangina oder andere sodas die schmecken auch alle nach zuckerwasser aber die haben wenigstens noch einen eigenen geschmack sprite schmeckt für mich einfach wie wasser mit zucker und spülmittel also halt zitronenspielmittel obviously es schmeckt scheiße trotzdem möchte ich mal huatsche probieren wo man ich mag halt auch keine erdbeermilch aber wo man erdbeermilch mit sprite mischt und dann da früchte und eis reinmacht ich habe da so lust drauf das zu probieren aber auch nur mit hannah und nasty weil ich werde so zweimal zwei löffel nehmen und dann und dann war es das auch für mich mehr will ich tatsächlich gar nicht ich mag minzschokolade und ja das ist after eight und ich liebe minz eis das ist das beste eis auf der ganzen welt danach kommt strassier teller mit bunten streuseln liebe minz eis mit bunten streuseln das ist mein lieblings eis jetzt kommen wir zu unpopular opinions jetzt nichts mit essen und trinken zu tun haben mit der ex oder mit dem ex von freunden befreundet zu sein ist irgendwie ist irgendwie nicht so der vibe und ich weiß nicht ob das eine unpopular opinion ist oder ob jeder das so macht aber ich habe schon öfter mitbekommen dass wenn freundinnen von mir ein ex freund haben die nett zu dem sind und ich finde ich habe ich habe keinen grund nett zu dieser person zu sein wenn ich wenn die person beispielsweise betrogen hat scheiße zu der person war oder teils zu meiner freundin war auf jeden fall scheiße gebaut hat habe ich keinen grund nett zu der person zu sein ich habe keinen grund mich mit der person zu unterhalten und irgendwas über die person irgendwie rausfinden zu wollen nein ich habe keinen grund mit der person irgendwie ein gespräch aufzubauen mit mich anzufreunden also ein scheiß ich habe da gar keinen grund zu und ich habe da gar keine lust zu und ich dachte das ist normal aber irgendwie glaube ich es ist nicht so normal weil also wenn auch wenn die person so in der gleichen freundesgruppe ist mäßig ich weiß nicht es ist irgendwie für mich so ein ekliges gefühl und für mich ist es auch schon so wenn meine freundinnen einen neuen typen haben oder meinen freund bekommen bin ich auch nicht besties mit dem außer mit dass die also mit nass dies freund das ist jetzt schon seit fast sechs jahren glaube ich mit dass die zusammen und ja so mit nass die und dass die waren ja auch im urlaub und da versteht man sich dann auch gut und ich weiß auch dass das die tatsächlich ein sehr guter mensch ist und sehr nett zu dass die ist und deswegen da gehe ich dann schon gerne auf die freundschaftliche ebene und und bin dann schon mit dem gerne befreundet aber wenn was auch wirklich nicht passieren wird und ich klopfe ganz kurz auf holz also falls dass die und dass die sich jemals trennen würden was nicht passieren wird wie gesagt aber falls wenn ich nicht mit dass die weiterhin befreundet sein weil das ist weird komisch und das ist eine arme papilla opinion jeder kann das natürlich machen wie er oder sie möchte ich finde das geht nicht so meine meinung ich weiß nicht was eure meinung ist könnt es gerne in die kommentare schreiben aber ich weiß nicht irgendwie ist das ist nicht so mein weib ist es gar nicht mein weib leute ich finde das richtig schlimm ja und wenn ich die person vorher eh nicht kannte und vielleicht so ein zweimal gesehen habe dann habe ich da auch keinen grund wenn ich die irgendwie in der öffentlichkeit sehe da hallo zu sagen nee wir waren nur befreundet nicht mal befreundet wir haben uns nur davor hallo gesagt weil meine freundin mit dir zusammen war oder irgendwas mit dir hatte also deswegen tatsächlich nee werde ich nicht hallo sagen und ich werde auch nicht unfassbar nett zu dir sein ich werde nicht scheiße sein aber ich werde dich wahrscheinlich ignorieren ja öffentliche beziehungen gehen uns nichts an so da hatte ich so das beispiel hayley bieber und justin bieber und damals als selina gommes es geht uns alle nichts so mein telefonat mit nasti ist vorbei sie musste sich ganz kurz über etwas aufregen und jetzt spreche ich weiter ja also ich habe da schon eher so an so generell so celebrity couples gedacht es geht uns halt alle nichts an dennoch ist mir gerade eingefallen habe ich gestern in meiner jano klaro story gesagt dass ich beef jetzt mit dominic feig habe weil er hunter schäfer betrogen hat und das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich tatsächlich aber es geht uns halt für real nichts an oh man habe ich mich widersprochen oh gott ja aber also generell dieses ganze also das ist ja ein fakt das hat sie erzählt aber dieses ganze spekulieren und sagen ja die wird schlecht behandelt weil man hat das in den augen der anderen personen gesehen bin ich halt wirklich quatsch und kompletten müll deswegen ich glaube damit meinte ich das und das ja also dahinter stehe ich halt auch dieses ganze spekulieren und ja ich glaube dass und das ist halt passiert redet damit also darüber mit euren freunden aber postet das vielleicht nicht online vielleicht auch genau das macht was ihr wollt aber das ist meine unpopular opinion ich finde es ein bisschen unnötig ich hoffe ihr checkt das wenn ihr es nicht checkt leute ich vergebe euch ich finde das in ordnung man mein gott aber ich muss sagen generell beziehung und und auch freundschaften weil das muss ich sagen nervt mich echt sehr dolle beispielsweise wenn es um hannah nasty und mich geht ja wird tatsächlich viel spekuliert und gesagt dass die und die person ausgeschlossen wird und es nervt einfach tatsächlich es nervt richtig dolle weil ich habe heute vergessen deo zu nehmen das nervt mich gerade sehr doll aber oh nee das finde ich richtig ärgerlich weil ich habe geduscht und ich will jetzt trotzdem nach schweiß riechen egal leute ich hole mir später neues deo aber auf jeden fall was ich jetzt final dazu sagen möchte ist es stört mich einfach wenn leute irgendwie über hannah nazis und meine freundschaft sprechen und zu tun als wüssten die sachen die sie nicht wissen und dass das macht mich so sauer und das macht mich auch bei obwohl ich da nichts mehr zu tun habe hayley bieber selina gomez und justin bieber richtig sauer weil leute denken die wissen mehr als die leute die da wirklich mit drin sind und das regt mich so auf und das regt mich auch bei meinen freunden auf also nicht bei meinen freunden aber wenn leute über meine freunde und mich sprechen es regt mich so doll auf weil ich mir einfach denke bruder also i'm fucking sorry aber es warum juckt es einen so doll warum juckt es einen so doll ich verstehe es nicht also ich verstehe es so ein bisschen aber ich verstehe es auch gleichzeitig gar nicht deswegen ja ein paar viele opinien aber irgendwie konnte ich dir gerade auch nicht so gut erklären dass du mir unfassbar leid okay unpopular opinion und die habe ich jetzt schon von mehreren leuten gehört aber dies immer noch so ein bisschen unpopular und ich weiß nicht genau wie ich die beschreiben soll deswegen erkläre ich das einfach wenn man also jetzt gerade auch öffentlich sich entweder von einer person trennt freundschaften auseinander gehen vom job gekündigt wird und dann nichts darüber online sagt ist es ja wenn man da jetzt eigentlich nicht so wirklich viel aufmerksamkeit darauf generieren will man will so ein bisschen privatsphäre haben und auch sein peace protecten also seine sein also seinen eigenen frieden irgendwie schützen sowas ist das so dass man einfach keine ahnung nicht so darüber redet weil man also weil man halt sich selber irgendwie schützen will aber die unpopular opinion ist ist es wirklich das oder ist es dass man den frieden von der anderen partei schützen möchte weil ich denke mir so oft so einfach low key möchte ich so viel erzählen was mir von freunden angetan wurde von partnern ich möchte das alles low key droppen und denke und ich denke mir halt so mache ich mache ich das nur nicht weil ich mich selber schützen will oder mache ich das weil ich die person schützen möchte und da das ist halt so ein bisschen meine unpopular also ich weiß nicht ob das eine unpopular opinion oder unpopular denkensweise ist ich weiß es nicht aber leute ich möchte das alles so gerne erzählen aber ich erzähle es nur nicht weil ich nicht möchte dass die andere person in schwierigkeiten kommt checkt ihr was ich meine und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd ich weiß nicht soll ich es erzählen oder nicht hm es gibt so viel was ich gerne erzählen würde aber ich kann nicht und das ist halt eigentlich könnte ich aber i don't know ich würde ja eh keinen Namen nennen am ende des tages kann mich auch keiner anzeigen naja was soll's das waren meine unpopular opinions ich hab das gefühl ich hab's ein bisschen nervig erklärt und ich hoffe ihr seid nicht sauer auf mich und wenn ihr sauer auf mich seid dann ist es auch in ordnung aber ich lese jetzt die unpopular opinions von euch vor und ganz ehrlich diese folge ist einfach so ein bisschen ne chillo folge ne wenn man sich fertig macht kann man sich die anhören wenn man gerade aufräumen kann man sich die anhören wenn man gerade einfach nur am chillen ist kann man sich die anhören wenn man gerade nichts lernen will kann man sich die anhören diese folge hat gar keinen mehrwert und das ist voll okay ich hab nie gesagt dass dieser podcast mehrwert hat deswegen wenn ihr euch das bis jetzt anhört und bis zum ende dann wünsche ich euch ganz viel spaß dabei und vielleicht haben wir danach unsere gehirne gerottet aber es ist in ordnung okay eure unpopular opinions eine person hat geschrieben schokolade schmeckt nicht und leute ich verstehe das ich könnte niemals eine ganze Tafel Schokolade einfach so essen es ist zu viel man hat Durst es bockt nicht danach fühlt man sich eklig es ist nicht so der Vibe ein Kinderriegel wiederum easy esse ich sofort oh da hab ich jetzt auch echt Bock drauf Kinder Country lecker Kinder Pinguin lecker Milchschnitte geil ähm Oreo super toll alles so was so mit Schokolade ist es bockt zum Beispiel Schokolade überzogene Erdbeeren oder Bananen oder Weintrauben ah boah so lecker ich liebe Schokoobst aber einfach plain Schokolade ich verstehe das wenn Leute das nicht mögen weil ich ich auch nicht ich tatsächlich auch nicht aber Sachen mit also zum Beispiel Nutella Brot oder Nudossi Brot wir haben Nudossi zu Hause nicht Nutella ähm finde ich toll und schmeckt mir sehr gut weil es halt mit einer Sache ist aber da muss man halt auch sagen so Kinderriegel ist halt nur Schokolade aber auch mit weißer Schokolade aber schmeckt einfach so geil und anders als andere Schokolade deswegen ja das ist so mein Take ich finde geschmolzene Schokolade schmeckt auch also ich könnte so ein bisschen wirklich so ein bisschen von einem also von so einer Tafel Schokolade wenn man die so schmilzt dann könnte ich wirklich so eine Schüssel geschmolzene Schokolade essen aber irgendwie nicht so ein eine Schokoladentafel irgendwie I don't even know Einwegprodukte sind nice das ist ähm schon echt eine Unpopular Opinion weiß nicht also das sind halt auch so Wattepads also Einwegprodukte sind so Wattepads ähm Q-Tips was ist denn noch diese ähm Einmalwaschlappen Waschlappen sagt man Waschlappen ich bin grad so dumm was sind da noch Einwegprodukte naja auf jeden Fall sowas ich glaub auch so Plastikflaschen sind ja auch so Einwegprodukte und ich verstehe das weil ich benutze auch Q-Tips und ich benutze auch ähm Wattepads aber also die sind auch gut aber es ist halt nicht gut für die Umwelt und das muss man wirklich gesagt haben tatsächlich die sind nicht gut für die Umwelt und diese Einmalwaschlappen ich verstehe es warum man Einmalwaschlappen benutzt das sind ja diese Tücher wenn man sich keine Ahnung ähm abschminkt und dann sein Gesicht wäscht dass man damit sein Gesicht abtrocknet und ich verstehe das unnormal weil das ist einfach wirklich ohne Witz am hygienischsten wenn man das mit einem Handtuch macht muss man das direkt in die Wäsche tun dann ist es auch wieder Wasserverschwendung ähm weil wegen den Bakterien halt also muss man natürlich nicht und ich also ich sag jetzt auch nicht dass ich das mache weil ja ich benutze tatsächlich mein Handtuch dann auch öfter aber vom hygienischsten von der hygienischen Perspektive macht das wirklich am ehesten Sinn aber es ist halt auch einfach nicht so nicht so gut für die Umwelt deswegen ich ich bin da so ein bisschen zwiegespalten also ich von mir selber aus würde nicht sagen Einwegprodukte sind super nice also die Produkte sind manchmal gut aber sind halt nicht gut für die Umwelt eine weitere Person hat geschrieben Menschen verändern sich nie das ist deren unpopular opinion und ich weiß nicht ob ich dazu stimmen kann weil ich weiß dass ich vor fünf Jahren ein komplett anderer Mensch war und dass es voll damit zu tun hat dass also mit welchen Menschen man sich umgibt wie was für was für ein Umfeld man generell hat und sogar in welcher Stadt man wohnt in welchem Bezirk also es hat wirklich immer was mit dem Umfeld zu tun wie man dann auch ist finde ich muss natürlich aber auch nicht sein und dadurch denke ich auf jeden Fall ich habe mich auf jeden Fall verändert auf jeden Fall positiv ich habe früher viel mehr gejudged ich war viel mehr insecure und habe Leute ich habe euch das ja auch schon mal erzählt ich war damals auch lowkey habe ich manchmal bei Influencern Hate-Kommentare kommentiert ja ich war auch eine Haterin und das war halt auch wirklich weil ich insecure war das wollte was die haben und kein Leben hatte und fraurig war und jetzt bin ich das halt nicht ich bin happy und die Leute die mir Hate-Kommentare schreiben mein Gott die tun mir leid als dass ich irgendwie sauer bin deswegen denke ich schon dass Menschen sich verändern können ich verstehe aber ein bisschen was die Person meint weil manche Menschen sind nicht bereit sich zu ändern und vielleicht meint sie solche Menschen dass die sich nicht ändern beispielsweise dieser Spruch ja wenn man einmal betrügt ist man immer ein Betrüger ich weiß nicht ob ich da ob ich diese Meinung vertrete oder nicht eigentlich ja aber ich kenne eine Person die mal betrogen hat und die jetzt in einer Beziehung ist und die das niemals machen würde wieder trotzdem könnte ich nicht mit so einer Person zusammen sein die schon einmal betrogen hat oder mich betrogen hat auf jeden Fall weil einfach ich hätte keinen Vertrauen und wenn man das aus der Perspektive betrachtet kann man sich selber ein bisschen also mit dem Sprichwort sozusagen ein bisschen schützen indem man sagt ja Menschen ändern sich nicht dass man sich gar nicht auf solche Menschen einlässt sozusagen aber ich also gleichzeitig denke ich dass Menschen sich ändern können und es hat halt nur was damit zu tun ob die Menschen auch bereit sind sich zu ändern und ob die Menschen darauf Lust haben und ob ja das einfach für die Menschen Sinn ergibt sozusagen und wenn die es nicht wollen und wenn die da keinen Bock drauf haben sich zu ändern mein Gott dann fucking tut es auch einfach mal nicht aber ist halt auch scheiße dann also wenn man so unmoralische Sachen getan hat sollte man vielleicht schon etwas ändern eine Person hat geschrieben ich mag es dass der Deckel jetzt an der Flasche bleibt also ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt aber wenn man sich irgendwie keine Ahnung ein Wasser kauft im Geschäft oder keine Ahnung so eine andere irgendwas auf jeden Fall wenn man sich eine Flasche Wasser oder eine Flasche trinken kauft ist es meistens jetzt so dass der Plastikdeckel an der Flasche bleibt und das ist aus dem Grund damit es einfach zusammen recycelt wird und da bin ich auch ein Fan von es nervt unfassbar doll ich mag es nicht so gerne einfach aus dem Grund weil ich das nicht in meinem Gesicht mag aber ich finde die Idee gut ich supporte die Idee und ich würde es auch nicht rückgängig machen wollen also es nervt zwar aber das ist etwas was ich eingehe bzw. auch jeder von uns eingehen muss damit tatsächlich alles richtig recycelt wird und da bin ich auch ein Fan von Schwarze Air Force One sind sind sie nicht meine Meinung deine Meinung trag deine schwarzen Air Force ich habe da kein Problem mit trag sie ich wirklich niemals oh mein Gott stelle ich mal vorher sage ich niemals und so in 5 Jahren seht ihr mich mit denen nee 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 ich finde das richtig schlimm ich finde die gar nicht schön aber generell Air Force sind nicht mehr so meins da würde ich ich muss sagen ich würde lieber schwarze Air Force als weiße Air Force jetzt tragen ich liebe es wenn Lehrer mich einfach so dran nehmen und du bist ein Psycho tatsächlich nein Spaß bist du nicht aber diese Meinung habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben und du bist wahrscheinlich einfach eine Person die gerne zuhört gerne im Unterricht ist und sich gerne beteiligt und es tatsächlich witzig findet wenn man herangenommen wird und dann einfach du bist wahrscheinlich auch super schlau und kennst wahrscheinlich sowieso die Antwort und deswegen macht es dir nichts aus ich persönlich kannte nicht die Antwort ich persönlich habe nicht wirklich zugehört im Unterricht und wenn ich dann herangenommen wurde musste die Lehrerin oder der Lehrer tatsächlich die Frage wiederholen weil ich meinte ich eigentlich nicht gehört und dann wusste ich die Antwort auch trotzdem nicht ja und das war traumatisch tatsächlich für mich und das werde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben diese Meinung aber ich bin froh dass du es nicht schlimm findest also finde ich finde ich cool dass du das kannst Taylor Swift ist overhyped und zu dieser Taylor Swift Thematik Leute ihr fragt mich so oft ob ich ein Swifty bin ich mag Taylor Swift ich mag ein paar von ihren Liedern ich bin kein Swifty wäre ich auf ein Konzert eingeladen worden wäre ich hingegangen weil ihre Konzerte sehen krass cool aus aber da muss ich nun auch wirklich sagen sie ist nicht so mein Vibe also schon irgendwie ich mag sie ich mag sie voll ich finde sie cool aber die Konzerte sehen auch cool aus aber irgendwie ihre neue Musik also ich hab da nicht so einen Turn drauf und das ist voll in Ordnung ich find's auch okay wenn man sie dann nicht feiert aber ich find dieses ja overhyped oh mein Gott das ist also Taylor Swift ist so overhyped das sind halt am Ende des Tages trotzdem Menschen und irgendwie find ich das ein bisschen fies sowas über Menschen zu sagen und keine Ahnung ja ich hab halt auch gehört dass Taylor Swift zu jeder Stadt in der sie geht ich weiß nicht das könnten jetzt auch wirklich Fake News sein aber dass wenn Taylor Swift in irgendeine Stadt kommt dass sie dann da jeweils jedes einzelne Mal Geld spendet an irgendwelche Organisationen in der Stadt und das find ich voll korrekt von ihr und ja also irgendwie ich find sie cool ich bin nicht ihr größter Fan ich hör mir jetzt nicht täglich ihre Musik an Shake It Up oder Shake It Off find ich mega ich glaub Shake It Off find ich super toll und ich find sie super lustig und ich wünsche ihr und Travis Kelsey wirklich das Beste der Welt und ich wünsche ihr das Beste der Welt deswegen bin ich froh aber ich muss sagen Leute ich hab da Sachen mitbekommen dass sie immer wenn irgendwelche anderen Celebrities gerade so Richtung Nummer 1 der Charts kommen immer eine andere Version ihrer Lieder drop damit sie auf Nummer 1 bleibt und ich weiß nicht wie ich mich dabei fühlen soll ich weiß nicht ob das der Wahrheit entspricht ich weiß nicht aus welchen Intentionen sie es macht falls das wirklich stimmt ja das ist halt so ein bisschen assi wenn das stimmt aber ansonsten mag ich sie Leute Jaffa Cakes sind die geilste Süßigkeit falls ihr nicht wisst was Jaffa Cakes sind kann ich sie euch ganz schnell beschreiben das ist so ein keksiger beziehungsweise kuchenartiger Keks sozusagen der halt unten ist dieses fluffige kuchenmäßige da drüber ist so Gelee und dann ist das mit Schokolade überzogen und Leute das war eine Zeit lang mein Lieblingssnack auf der ganzen Welt ich habe Jaffa Cakes geliebt es war so geil diese Orangen mit Orangen Flavor so lecker erfrischend toll und dann habe ich an einem Tag so viele gegessen dass ich mich übergeben habe und seitdem weil an dem Tag habe ich sogar auch eine Lebensmittelvergiftung bekommen also ich habe von einem Caesar Salad das war glaube ich 2017 oder so habe ich ein Caesar Salad gegessen und dann diese Jaffa Cake und dieser Caesar Salad war von Vapiano und ich hatte da eine Lebensmittelvergiftung davon und da wusste ich das noch nicht weil dann habe ich diese Jaffa Cakes gegessen wirklich eine ganze Packung und dann habe ich mich übergeben deswegen konnte ich seitdem wirklich seit 2017 konnte ich kein Caesar Salad mehr essen und auch keine Jaffa Cakes aber vor zwei Wochen ungefähr habe ich mich wieder an ein Jaffa Cake reingetraut und es war nicht so schlimm also es ging aber ja und ich finde ich finde es okay dass man Jaffa Cakes lecker findet weil ich war auch mal in der Phase Gossip Girl ist langweilig Leute wenn ich euch sage ich habe Gossip Girl schon dreimal angefangen und ich konnte nie mehr als die erste halbe Folge gucken weil ich es auch langweilig fand aber ich finde diese ganzen Serena und Blair Edits und diese Sounds finde ich so geil aber ich kann mich irgendwie nicht mit der Serie anfreunden auch wenn ich es will ich will so unbedingt den Hype checken und ich glaube Leute wenn ich mit der Uni komplett fertig bin ich werde eine Bad Rotting Leute Bad Rotting ist kein Trend es ist ein Mental Illness und same aber ich werde so eine Woche machen wo ich nur zu Hause bin nichts anderes mache als irgendwelche Sachen gucken einfach chillen Digga es wird so geil und dann werde ich dann werde ich Gossip Girl wieder einen Try geben weil ganz ehrlich ich möchte ich möchte und das Ding ist ich weiß sogar auch wer Gossip Girl ist ich werde es jetzt hier nicht sagen aber ich habe es schon so oft mitbekommen weil mich das halt auch einfach nicht so krass gejuckt hat habe ich mich dann auch einfach spoilern lassen aber trotzdem kann es ja spannend sein in der Kennenlernphase sollte man loyal sein also ich finde es kommt darauf an was man abgesprochen hat wenn man abgesprochen hat dass man exklusiv ist dann ist es sehr wichtig dass man loyal bleibt tatsächlich ich weiß nicht ob alle das checken jetzt hier aber wenn man in einer Situationship ist oder keine Ahnung und man sagt hey wir sind loyal fokussieren uns nur auf uns und arbeiten darauf dass wir zusammenkommen dann ist es sehr wichtig dass man dann da auch loyal bleibt in der Kennenlernphase aber generell und man hat nichts abgesprochen und es ist so ein bisschen also man weiß es nicht so dann finde ich ist es auch das Recht der anderen Person nicht loyal zu sein also ich finde das muss eine abgesprochene Sache sein wenn es nicht abgesprochen ist dann sorry aber was soll sich denn die andere Person denken so keine Ahnung stellt euch mal vor so die eine Person denkt okay wir sind loyal und die andere Person bekommt aber so Mixed Signals von der Person und denkt sich so boah die Person ist safe mit ganz vielen anderen Leuten und bla 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 und man traut sich das nicht anzusprechen und deswegen ist man dann halt auch nicht loyal und hat dann mit anderen Leuten Kontakt oder hat dann auch was mit anderen Leuten und dann stellt sich heraus die andere Person dachte man ist loyal Leute Kommunikation besprecht es einfach oh mein Gott Kommunikation ist aus A und O und ich verstehe nicht also ich weiß noch damals als ich mit Mathilda eine Folge aufgenommen habe das heißt den ersten Schritt machen ist sexy die könnt ihr euch sehr sehr gerne anhören die ist sehr gut das sind die besten Tipps auf der ganzen Welt aber da war ich richtig insecure und das könnt ihr auch da richtig gut erkennen ich war so wirklich so ein unkommunikatives Bündel an insecurity und ja anstatt dass man bespricht also dass man abspricht dass man kommuniziert wenn man eine Person mag und möchte und möchte dass man loyal ist sich gegenüber möchte dass es in eine ernste Richtung gibt er geht da soll man das also Leute Kommunikation ist das A und O hört euch gerne die Folge an kann ich euch ans Herz legen wenn man exklusiv ist dann sollte man loyal sein und wenn man das nicht ist ist man tatsächlich ein riesen Arschloch und verdient einen Schlag in die Fresse weiter geht es eine Person hat geschrieben Adidas Campus sind hässlich und Leute ich habe tatsächlich vor Monaten vor Monaten gesagt dass ich die Schuhe hässlich finde und ihr habt mich alle attackiert ihr habt mich so attackiert ihr wisst nicht wie oft mir geschrieben wurde Adidas Campus sind hässlich Adidas Campus sind hässlich Adidas Campus sind Loki hässlich Leute ich habe das so oft gehört und gelesen und ihr habt mich so dafür gefryt dass ich das gesagt habe und ich finde das ist in Ordnung dass sich Geschmäcker verändern und ich finde es in Ordnung dass ihr Adidas Campus jetzt auch hässlich findet dass ihr jetzt auch auf meiner Seite seid aber ja die kann ich auch wirklich zustimmen ich finde die nicht schön ich finde es aber vollkommen in Ordnung wenn man die schön findet wie gesagt Freunde von mir haben diese Schuhe aber ich kann da einfach nicht hinter stehen also die können die sehr gerne tragen ich supporte die trotzdem aber deren Schuhwahl ist so meins wenn ihr die habt oh mein Gott tragt sie weiter ich bin einfach nur irgendein Mädchen mit einer Meinung genauso wie ihr wahrscheinlich auch Meinungen über andere Schuhe habt beispielsweise sagen auch voll viele dass Sambas hässlich sind oder gerade hässlich werden ich verstehe es ein bisschen ich verstehe es Sambas sind nämlich die neuen Adidas Air Force äh Nike Air Force ja aber ja deswegen ich mag eigentlich auch gerne Sambas aber irgendwie sind Sambas jetzt so Mainstream geworden und das ist irgendwie irgendwie ein bisschen schade aber ist auch in Ordnung es ist in Ordnung Mainstream zu sein Leute es ist in Ordnung Dinge zu haben die alle anderen auch haben es ist so okay wenn man Trends mag ich mag Trends auch aber es kommt drauf an was für ein Trend und ich bin halt auch einfach ein picky Blödmann ich bin ein picky Blödmann ja so Crumble Cookies sehen nicht lecker aus und sind den Hype nicht wert ähm ich finde tatsächlich Crumble Cookies sehen unfassbar lecker aus und ich habe tatsächlich auch das Privileg gehabt in ähm New York Crumble Cookies zu probieren und es war sehr lecker aber was man sagen muss ich konnte nicht mehr als ein bisschen von jedem Cookie nämlich war schon tot also war schon satt richtig richtig tolle und ja also ich glaube man kann sich so einen Keks kaufen und danach so hat man keinen Hunger mehr für richtig lange deswegen das nächste Mal wenn ich mir welche hole und wenn ich in USA bin falls ich das irgendwann noch sein will ich habe ein bisschen Lust im Winter nach New York wieder zu gehen aber ich habe Lust eigentlich im Winter ins Warme zu gehen weil ich habe den Sommer-Loki verpasst dieses Jahr weil ich die ganze Zeit einfach nur vom Laptop sitze und ähm ja meine Bachelorarbeit und meine anderen Hausarbeiten schreibe deswegen oh keine Ahnung Leute gebt mir mal Tipps was soll ich lieber machen soll ich lieber nach New York fliegen oder soll ich nach Australien fliegen äh Australien habe ich nicht so krass Lust da habe ich noch nie so einen krassen ich war schon mal in Australien als ich irgendwie zu 10 war aber ich habe da jetzt nicht so den riesesten Turn drauf weil ich einfach nur an die riesen Spinnenschlangen und Kakerlaken denken muss aber Australien ist halt im Sommer warm da denke ich mir so hm soll ich immer nach Australien bisschen Bock wer will mitkommen ja war auf jeden Fall das so jetzt gehe ich hier in meinen Instagram in meiner Instagram Fragerunde scrolle ich nochmal ein bisschen rum und werde hier jetzt auch noch ein paar Sachen rauspicken weil wir haben noch ein bisschen Zeit bevor die Folge zu Ende ist und ich habe auch noch ein bisschen so Redelust es ist nicht süß wenn dein Freund scheiße zu anderen Mädchen ist und das unterschreibe ich zu 100% voll viele sagen immer so ja wenn er richtig gemein zu allen Mädchen ist und zu mir nett oh mein Gott so geil nein irgendwie ist das nicht geil irgendwie ist das richtig Arschlochbehavior ich finde natürlich nicht überfreundlich es gibt keine gesunde Eifersucht in einer Beziehung optimal ist 100% Vertrauen das ist natürlich optimal ja aber ich weiß auch nicht inwieweit Eifersucht gesund ist ich glaube tatsächlich auch nicht das Eifersucht gesund ist aber das Ding ist halt irgendwie dass man durch irgendwie frühere Geschehnisse oder Sachen die einem passiert sind einfach vielleicht Vertrauensprobleme hat und klar ist es optimal sich zu 100% dann zu vertrauen dem neuen Partner und es ist auch schön wenn man das machen kann aber ich verstehe es auch wenn es nicht möglich ist und ja also ich finde das voll verständlich wenn man das nicht hat und wenn man da ein bisschen Hilfe braucht sozusagen und einer Person da ein bisschen unter die Arme greifen muss und ihr helfen muss dass man dass man schon vertrauen kann und da finde ich ist es dann auch eine Sache von zwei Personen dass man dass man daran arbeitet und dass man auch der anderen Person keinen Grund gibt Eifersüchtig zu sein und dass man einfach transparent ist dass man nicht lügt weil Lügen finde ich wirklich das ist am schlimmsten ich verstehe halt nicht warum man lügt also so Lügen ist so ein richtiger ich weiß X sind out aber Lügen ist ein richtiger Ich von mir ich glaube das ist mein Nummer 1 Ich weil ich denke mir so bin sehe ich so böse aus dass ich die Wahrheit nicht verdiene also warum verdiene ich die Wahrheit nicht das ist irgendwie so eklig also ich denke darüber nach und dann denke ich mir so boah womit habe ich das verdient jetzt angelogen zu werden ist einfach nicht so ist einfach richtig ungeil Gewürzgurke mit Ahoi Brause ist der beste Snack was also was also ich muss das irgendwie ausprobieren welche Flavors da am besten schreibt das in die Kommentare aber bitte meine Liebe wenn du eine Person wirklich liebst dann existieren keine X und da ja ich stimme da eigentlich schon zu man muss auch sagen jetzt so meine meine X-Situation die hat tatsächlich viele also ich hatte eigentlich echt schon viele X aber da irgendwie waren das dann auch keine X also irgendwie ich habe darüber gelacht über die Sachen aber ich fand es nicht schlimm wo ich das jetzt im Nachhinein leider immer noch nicht schlimm finde obwohl anderen Leuten nicht das schlimm finden würde das ist ein bisschen das Problem naja Männer brauchen weibliche Freundinnen weil Typen untereinander nicht genug reden ich weiß es halt leider nicht wie wie viel Typen untereinander reden aber ich finde es tatsächlich auch gut wenn Jungs weibliche Freunde haben weil sie tatsächlich auch daraus lernen können weil wie man mit Frauen spricht wie man Respekt vor Frauen hat wie sich Frauen vielleicht in bestimmten Situationen fühlen dass man das einfach lernt und ich glaube das kann gut von Typen gelernt werden wenn die weibliche Freundinnen haben deswegen ist es für mich eine Green Flag wenn ein Typ weibliche Freundinnen hat ja gut und ja ich verstehe deinen Punkt ich weiß halt leider nicht ich kenne Typen irgendwie also ich ich habe nicht so viele männliche Freunde okay es ist raus ich habe nicht so viele und das ist auch vollkommen in Ordnung aber dadurch weiß ich auch nicht wie die reden untereinander ähm ja Oregano gehört nicht auf Pizza ich sage immer Oregano und ich weiß nicht warum ich gerade Oregano gesagt habe aber ich wurde immer gemobbt dass ich Oregano nicht Oregano sage aber ich verstehe das ist also ich verstehe das Leute sagen es gehört nicht auf Pizza weil ich mache es auch nicht auf Pizza also wenn ich Pizza esse dann auch napolitanische Pizza ich habe so lange keine napolitanische Pizza mehr gegessen oh hier hat jemand geschrieben Minze gehört nicht in Schokolade und das war meine Unpopular Opinion dass Minze halt in Schokolade gehört oh sorry 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 okay Leute die schreiben dass Herbst 100 mal besser als Sommer ist ich glaube die lügen sich selber auch ein bisschen an und das finde ich auch eigentlich nicht so nice ja Feuermelder voll NPC Erfindung ratet wer das geschrieben hat von meinen Freunden ratet einfach mal wer das geschrieben hat Faro ja ich weiß nicht ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ähm aber danke für deinen Input I guess Marienkäfer sind gruselig ich finde Marienkäfer ganz süß aber ich verstehe auch warum sie gruselig findet weil es halt auch einfach Insekten sind so und ich würde sagen ich komme jetzt tatsächlich zum Ende der Folge ich lese jetzt noch eine einzige Unpopular Opinion vor und dann und dann verabschiede ich mich tatsächlich auch von euch man macht viele Sachen nur um andere Menschen glücklich zu machen und nicht sich selbst und das entspricht der Wahrheit und damit wende ich die Folge tatsächlich heute auch ähm ich hoffe ihr habt also ich weiß nicht warum ich gerade so wenig dazu gesagt habe aber ich glaube so viel kann ich da auch nicht hinzufügen weil es ist halt wirklich so dass man ähm häufig wenn Menschen also dass man häufig Dinge nur tut wenn man denkt dass man Menschen damit glücklich macht und gar nicht daran denkt was man selber also was man selber eigentlich wirklich möchte beispielsweise wenn man anfängt zu studieren nur weil die Eltern das wollen wenn man ähm anfängt äh bestimmte Klamotten zu tragen weil man denkt dann ist man cooler also was ähm steht zu euch selber seid ihr selber und das ist mein ähm beziehungsweise auch euer ähm Weisheit des Tages der Woche I don't know wie sag ich das denn nochmal ist ja meine Rubrik wie sag ich das denn nochmal eine irgendein Spruch halt steht einfach zu euch selber macht was ihr wollt ich hab euch unfassbar doll lieb ich bin grad irgendwie richtig müde geworden aber ich hoffe ihr hattet oder habt heute einen tollen Tag oder hattet einen tollen Tag und ihr seid die coolsten ihr seid die besten und wir sehen uns tatsächlich nächste Woche mit wem weiß ich noch nicht was ich weiß schon ich weiß schon mit wem ich eine Folge aufnehme und das wird nächste Woche wird glaube ich wenn ich mich nicht täusche das Thema Beziehungen behandeln und da hab ich einen richtig tollen Gast die wird euch richtig ähm ihre Meinung geigen ich liebe euch richtig doll wir sehen uns nächste Woche gebt dem Podcast was doch gerne einen Daumen nach oben oder eine positive Bewertung folgt mir wo auch immer ihr gerade den Podcast hört oder seht ihr seid die Bösten ihr seid die Coolsten und fühlt euch geküsst umarmt und gedrückt natürlich nur wenn ihr wollt okay Tschüss Bye Klai und Her